Ja Freunde Sonntag, wieder Zeit zum Sonnnen. Wir sind mal wieder auf dem Ufoacker oder mittlerweile ja auch schon Münzacker genannt. Ja es hat viel geregnet, es ist sehr schlammig, aber aktuell geht es noch, weil der Boden ist ja sehr sandig hier. Ich habe auch hier schon mein erstes Signal gegraben. War aber leider nichts. Gucken wie es weitergeht. Und ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns beim ersten Fund. So vorne erster Oberflächenfund. Ich dachte erstes wäre eine Musketenkugel. Oder vielleicht ist es eine und die wurden anders gegossen. Manchmal hat man ja noch so ein kleines Stück hinten dran, dass nicht abgeknipst wurde. Aber keine Ahnung was das hier ist. Sieht halt so ähnlich aus. Ist auch Blei. Vielleicht hat einer von euch eine Idee, was das sein könnte. Okay, auf zum nächsten Fund. Ja Freunde, noch mal ein ganz anderer Fund, in Anführungsstrichen. Zumindest so habe ich ihn noch nicht gefunden. Also die Musketenkugel. Die hat nämlich hier eindeutig was getroffen. Die ist richtig platt auf der einen Seite. Hier sieht man noch die eine Hälfte rund. Und hier komplett platt. Also die hat richtig was getroffen. Ja, also so platt habe ich sie tatsächlich noch nie gesehen. So ein bisschen verformt, ja. Aber so richtig wie nach so einem Volltreffer noch nicht. Interessant. Aber hier haben wir schon einige Musketenkugeln gefunden. Wobei die alle intakt waren. Okay. Dann bis zum nächsten Fund. Ja, wo wir gerade beim Thema waren. Da ist die nächste Musketenkugel. Wie wir es gewohnt sind hier eigentlich. Perfekt erhalten. Perfekt rund. Nix dran. Ja, schön. Dann, auf zum nächsten Fund. Ja, nur ganz kurz. Aber hier wieder die nächste. Also ich habe ja mir gerade eine Stelle gefunden. Da vorne war die eine. Die gut erhaltene. Hier ist die nächste. Kleineres Kaliber. Aber auch wieder rund. Nicht angedotscht oder irgendwie verformt. Ja. Auf jeden Fall gute Hinweise immer, dass hier noch was anderes liegt. Wir wissen ja mittlerweile, dass hier noch was anderes liegt. Mal schauen, wie viel wir hier noch rausholen können. Dann bis zum nächsten Fund. Ja, irgendwie ist heute der Tag der Musketenkugeln. Und das, obwohl ich gerade auf den Acker hier gegenüber gegangen bin. Die nächste. Groß oder größer als die von vorhin auf jeden Fall. Gut erhalten. Ja. Geht wohl so weiter. Ich hoffe, wir finden noch was anderes. Dann, auf zum nächsten Fund. Ja, Freunde. Es hört nicht auf. Die nächste Muskelenkugel. Mal wieder ein Stückchen größer. Sehr gut erhalten. Aber es ist halt immer noch total schlammig. Ja, sehr gut. Das wird hier eine richtige Sammlung heute hier. Okay. Dann auf zum nächsten Fund. So, Freunde. Nächster Fund. Ziemlich nah an der Musketenkugel. Und das sieht mir nach unserer ersten Münze heute aus. Und schauen. Die ist auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber sehr dünn. Oh ja. Das ist eine Münze auf jeden Fall. Müsste mal nicht ein Pfennig sein. Ich gucke, ob ich was mit der Bürste machen kann. Ja, es ist ein Pfennig. Man kann es so ganz leicht noch lesen. Müsste so 1800 sein. Sehr schön. Erste Münze. Sehr dünn. Ja, die mit dem Wappen hinten. Ich weiß nicht mehr genau, welche das waren. Ich muss es nochmal nachschauen. Die finde ich auf jeden Fall in einem extrem schlechtem Zustand. Also praktisch blank. Ja, sehr schön. Okay. Auf zum nächsten Fund. Ja, Freunde. Das geht gut weiter. Praktisch drei Meter weiter. Sieht das doch schwer nach der nächsten Münze aus. Ja, das ist, glaube ich, eine Belgische. Da ist dieser Löwe hinten drauf. Und darunter steht auch immer die Zahl. Die Jahreszahl normalerweise, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich gucke mal, ob ich mit der Bürste noch was machen kann. Da sieht man es richtig gut. Zwei Cent. Und darunter steht die Jahreszahl. Das muss ich aber anders reinigen. Aber gut erhalten. Richtig gut erhalten. Normalerweise sind die auch richtig kaputt. Auch die Rückseite, die Verzierung, kann man noch erkennen. Ja, Leute. Das ist doch echt gut hier. Zwei Meter, zwei Münzen. So kann es auf jeden Fall mal weitergehen. Dann bis zum nächsten Fund. Ja, Freunde. Diesmal keine Münze. Dafür ein Knopf. Auch nicht weit von der zweiten Münze gerade entfernt. Ach, das war doch mit Öse. Kann man aufgrund des ganzen Schlamms jetzt nicht sehen. Zeige ich euch ja bei einer Fundreinigung. Ja, super. Hier auf dem Abschnitt da geht ja doch einiges. Dann bis zum nächsten Fund. Hier, Freunde. Nächster Fund kam ganz komisch rein. Eigentlich wie Alu. Ich denke mal, das ist ein Stück von einem Löffel. Extrem deformiert, aber müsste so sein. Die Form kommt hin, so einigermaßen auf jeden Fall. Hier ist abgebrochen. Ja, vielleicht finden wir noch den Rest. Mal schauen. Okay, dann auf zum nächsten Fund. Ihr Freunde. Nächster Fund. Das sieht wieder nach Münze aus. Oder ist es doch ein Knopf? Nee. Das ist eine Münze. Sehr schön. Wieder so eine dünne. Mal gucken, ob ich ein bisschen was rausholen kann mit der Bürste. Ja, man kann auch so ganz leicht was erkennen. Auch den Schriftzug drumrum. Könnte ein Stuber sein. Aufgrund des Materials und der Dicke und des Zustandes vor allen Dingen. Weil die sind auch immer mega schlecht erhalten. Könnte ein Stuber sein, ja. Aber genaueres kann ich erst sagen, wenn ich es richtig gereinigt habe. Vielleicht, ne. Pfennig ist es, glaube ich, nicht. Ne. Müsste ein Stuber sein. Aber okay. Dann ist das so 1700 und. Ja, sehr schön. Drei Münzen jetzt. Alles hier in der gleichen Ecke. So kann es auf jeden Fall mal weitergehen. Bis zum nächsten Fund. So Freunde. Nächster Fund. Ich dachte erst, dass das nur so ein normaler Ring ist. Aber das sieht mir nach einem Fingerring aus. Ich gucke mal, dass ich mit der Bürste ein bisschen was machen kann. Ah, nee. Doch nicht. Es ist kein Ring. Es ist, glaube ich, ein Teil von einer Schnalle. Ich hoffe, das sieht man hier ganz gut. Ich werde mal gucken, ob ich da was mit der Bürste machen kann. Ah, ich denke, es wird ein Teil von einer Schnalle sein. Ich dachte, dass das wären Ringen. Aber hier war dann das andere Teil von der Schnalle befestigt. Gehe ich jetzt mal von aus. Ja, vielleicht weiß es jemand von euch. Ich meine, das ist ja nicht umsonst der eigentlicher UFO-Acker. Okay, bis zum nächsten Fund. So Freunde. Nächster Fund. Sieht wieder schwer nach Münze aus. War auch ziemlich nah an der Oberfläche. Das sieht mir nach einem Zinker aus. 10 Pfennig. Könnte sogar noch was drauf zu erkennen sein. Oh ja. Ich gucke mal, dass ich mit der Bürste ein bisschen was machen kann. Ja, wunderbar. Kann man noch richtig gut erkennen. 1918 kann ich hier, glaube ich, sehen. oder nee? Also, ich weiß, die Zinker, das ist natürlich Dritte Reich, aber ich habe letztens auch schon mal einen gefunden in dem Zustand. Ah doch, das ist 1918. Ja. Eindeutig. Ja, in dem Zustand wirklich selten gefunden. Schönes Ding. Okay. Krasse. Dann auf zum nächsten Fund. Ja, Freunde, weiter geht's. Da haben wir mal wieder eine. Wieder eine Musketenkugel. Also, es liegen mich ungewöhnlich viele hier. Also, so viele habe ich selten auf einem Fleck gefunden. Aber, die sind doch alle so gut erhalten. Naja, okay. Dann auf zum nächsten Fund. Ja, Freunde, nächster Fund. Ich dachte, es wäre eine Münze. Könnte aber auch ein Knopf sein. Hier vorne. Ich dachte erst, da steht ein 10 Pfennig drauf. Es steht aber eine 16. Ja, keine Ahnung. Das ein Uniformknopf war, aber so richtig nach einem Knopf sieht das halt auch nicht aus. Aber es ist eindeutig eine 16 drauf zu erkennen. Ich werde das mal reinigen. Mal gucken. Vielleicht ist es doch ein Teil von einer Uniform oder ein Knopf oder irgendwie sowas. Interessant. Auch noch nicht gefunden. Aber ja, der Ufoacker liefert doch mal wieder. Okay. Dann auf zum nächsten Fund. Ja, vorne, nächster Fund. Das läuft ja heute wieder hier. Nach längerer Pause. Sieht mir nach einer Münze aus. Oh ja, das ist, ist das eine Silbermünze? Sieht fast so aus. Ich gehe mal vorsichtig mit der Bürste dran. Ja, Freunde, unfassbar. Es ist tatsächlich ein Silberstuber. Hier kann man es sehen. 1754. Wahnsinn. Richtig toll erhalten. Auch die Rückseite. Perfekt. Ja, irre. Silberstuber. Die sind wirklich richtig toll und auch richtig selten. Also ich habe da vielleicht zwei oder drei Stück von. Aber der ist auch richtig toll erhalten. Freue ich mich drüber. Super. Toller Fund. Klasse. Dann auf zum nächsten Fund. Ja, Freunde, nächster Fund. Ja, ich will es gar nicht wieder lange machen, aber wieder Musketenkugel. Wahnsinn. Aber hier ist echt was los gewesen. Direkt neben der Silbermünze. Hier ist die Silbermünze. Hier die Musketenkugel. Klasse. Auf zum nächsten Fund. So, Freunde, nächster Fund. Sieht wieder schwer nach Münster aus. Ja, es dürfte wieder ein Zinker sein. 10 Pfennig. Mal gucken, ob ich da noch was rausholen kann. Aber der ist auf jeden Fall platt. Aber es sind auf jeden Fall wieder 10 Pfennig. Ja, super. Also das ist ja mal heute wieder ein krasser Tag auf dem Ufoacker. Da liegt ja wirklich noch einiges. Super. Auf zum nächsten Fund. Ja, Freunde, nächster Fund. Ich dachte gerade im ersten Augenblick ist es ein Römer. Ja, aber da stimmt die Farbe nicht, das Material nicht. Nur die Größe teilweise. Aber es ist eine Bleiblomme. Ja, ich glaube. Ah, doch, die wird wohl was älter sein. Aber kann man auch nicht viel noch sehen. Zu verschlampt alles hier. Okay, dann auf zum nächsten Fund. Ja, Leute, es hört nicht auf. Da haben wir die nächste Musketenkugel. Also ich bin immer mehr der Meinung, dass hier mal, weil es wahrscheinlich eine riesige Schlacht ist, aber das sind einfach zu viele Kugeln für einen Jäger. Ja, also und da auch noch die verschiedenen Kaliber und so. Ich denke mal, dass hier doch mal irgendwie ein Scharmützel oder was auch immer war. Was Kleineres auf jeden Fall, aber das sind einfach zu viele Musketenkugeln auf kleiner Fläche hier. Okay, auf zum nächsten Fund. Ja, Freunde, da liegt schon die nächste Blombe. Jetzt kommen wir von den Musketenkugeln zu den Blomben wahrscheinlich. Aber ich muss auch sagen, hier liegt auch alles voll. Auch von diesen Splittern hier, von diesen Bruchstücken. Also hier ist einiges, was hier auch oberflächlich liegt. Okay, dann mal weiter. Ja, Freunde, der nächste Fund. Und das sieht mir nach einer kleinen Münze aus. Ja. Ist das ein Knopf? Ist das ein Münster? Ich gucke mal, ob ich mit der Bürste was machen kann. Hat leider nicht viel gebracht. Die ist doch sehr verkrustet. Für einen Pfennig ist es ein bisschen zu klein. Ich dachte erst, es wäre kaiserreich, aber dafür ist sie zu klein. Na ja, keine Ahnung. Werde ich zu Hause mal reinigen, zeige ich euch dann in der Fundzusammenstellung. Bin ich mal gespannt, was das für eine kleine Münze ist. Okay, auf zum nächsten Fund. Ja, Freunde. Die nächste, was soll ich sagen. Die nächste Musketenkugel. Auch wieder rund, gut erhalten. Okay. Das werden jetzt die letzten Funde sein. Es wird langsam auch dunkler. Die Sonne geht fast unter. Okay, dann auf zum nächsten Fund. So, Freunde, das war es für heute. Ich glaube, wir haben richtig gut abgestaubt hier nochmal auf dem Ufo-Acker. Und ja, ich bin, wie gesagt, der Überzeugung, dass hier mal was gewesen sein muss, weil die Menge an Musketenkugeln, das ist schon ungewöhnlich. Also zumindest habe ich persönlich noch nie so viele auf einem kurzen Stück gefunden. Wir waren ja nicht mal da hinten. Wir waren ja wirklich nur hier vorne die ganze Zeit unterwegs. Und ja, dementsprechend ist das schon echt viel gewesen. Viele Münzen auch. Hat mich sehr gefreut. Wieder ein paar Ufos dabei. So muss es sein hier. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Und wir sehen uns nächsten Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.